Du bist zum Prinz, der Mingazir. Victoria, mir Herr. Ja, war auf jeden Fall ein intensives Spiel. Ich glaube, in der ersten Halbzeit ging es hoch und runter, mit sehr viel Tempo und so. Die Jungs von Köln, zweite Mannschaft, haben auch fußballig sehr gut gespielt, finde ich. Wir haben es auch in der ersten Halbzeit sehr ordentlich gemacht. Wir sind dann 1 Uhr in die Führung gegangen. Ich glaube, Köln hat auch ein, zwei Chancen. Wir hatten auch noch ein paar Chancen, aber ich denke, es war verdient zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist dann so ein bisschen ab der 75-minuten Spielfluss bei uns verloren gegangen. Und dann kriegen wir den Ausgleich. Es ist natürlich schade, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Aber alles in allem, denke ich, guten Tests vor allem, weil wir jede 19 Minuten spielen konnten. Und das ist das Wichtigste, dass wir fit werden, denke ich. Ja, gut, das ist jetzt eigentlich nebensächlich meine eigene Leistung. Aber wie gesagt, es ist wichtig, das Mal über 19 Minuten zu gehen, dass man für die Saison fit wird oder dass ich für die Saison fit wird oder wir für die Saison fit werden. Und ja, Alessandri kommt mit der Zeit. Du bist so ein bisschen, meine Leistung, Victoria, mein Herr. Und ja, ich bin ja nun vom Les Jaum. Und ja, ich bin ja auch für die Saison fit, die Seite und in die Erde 5 sind. Und ja, ich bin ja bei dem, deutlich weiter zurück. Und ja, ich bin ja bei uns bin ja balloon für die Saison series. Untertitelung des ZDF, 2020